warte ich dachte ich bin ich bin drunter und ich gucke mal okay der ist alleine hat ich dachte ich ein warte das lasst bietje haken das dings just kommt auch ja das teams ja hakan schreibung gemacht ja 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 ich bin gerade von draußen gekommen ich meine so dinge ich jetzt muss ich über xbox machen mache aber die ich werde es ist okay noch doch wenn man so tun nicht ich habe es um die Verkaufung nach um auch mit Ich habe nun einen Fiabos gekauft. das drei wochen wieder das erste mal fort nun Nach drei Wochen. Jetzt war ein bisschen der Headset weg von dem Mund. Habe ich doch. Du bist so laut, Digga. Ich will meine, das Sound ist gar nicht schwierig. Du wirst jetzt nicht ausstehen. Ich bin der Team. Ich bin der Team. Ich. Hakan. Wer ist nicht ausstehen? Ich bekomme einfach so ein kleiner Eierkopf. Der heißt einfach XNXX. Ey, leck mal raus. Yusuf ist nicht ausgestiegen. Hä? Doch, ich bin ausgestiegen. Ah, dann ist dieser XXX nicht ausgestiegen. Doch, der ist bei euch. Ey, ich schwöre Yusuf, du bist so laut, ich verstehe nichts. Hakan war euch so ein Gegner. Ja, ich weiß, aber ich höre nichts. Besser. Ich habe eine Punk für jemanden. Besser. Warte, aber ich kann gerade nicht. Besser. Besser. Ja, ja, besser. Ey, ich kann jemand einen Punk geben. Ich bin nicht mal bei euch. Wir sind zwei Leute. Ich komme. Ist keiner von euch im Haus gelandet? Doch. Ich werde schon in der Luft abgeschneiden. Ich wurde gesniped, Digga. Ey, jetzt macht kein Bock. Hakan, komm mal aufs Dach. Hier ist keiner. Ich wurde einfach nur gesniped weit weg. Ich kann dir eine Pumpkan geben. Brauchst du? Hakan, komm her. Hakan, ich kann dir eine Pumpkan geben. Hier mich einfach. Brauchst du eine Pumpkan? Ja. Ja, okay. Ich gebe Dreh. ich muss den auch ein Mini-Kid gönnen. Ich habe einen Mini-Kid gönnen. Ich habe einen Mini-Kid. Aber ich wurde von irgendeinem Kneipp von so 8 oder so. hat sich mal erst mal unsere wand wie bei uns hat white white one shot muss klar doch egal ich nehme dreien da sind noch welche da hinten auch noch headshot ich bin nicht mal bei dir er kann bei mir ich habe ihn da hinten noch ich bin übelst lohnt sich hier mich ganz gut da kommst du der kommt jetzt zu mir der konsumiert ich habe einen 260 ich habe kein hirn ne hast du auch was du mich ja ich habe denn die snuffe dich ich weiß nicht ob du die nehmt ich weiß nicht ob du die nehmt ich weiß nicht nix diga, geh mal mit mir lass mal Yusuf'un Digga, wir müssen, Yusuf'un ist ja genug ja gleich ich hab keine meds Digga, diese Dinger ne diga hab ein Yusuf'un hat der andere Sinn? bei mir Hakan hat zwei Hits bei mir, bei mir hat White er hat Blue, Blue Schild ich bin low diga Digga, ich werde keine meds mehr okay bei mir sind noch zwei und da hinten ist auch noch einer die sind Geschäge ah hier sind noch zwei einer ich hab keine meds mehr bis mit mir das männerach im alter kapier als die drei ich auch nicht ich bin bereit gemacht er kann du weg wer ist nsg mit tics in einem betonten uns dings kann ich mich bin sorry digga wie viele Leute haben wir eigentlich geholt digga gleich kriegst du strike weil immer im hintergrund sinkt ne alter dann habe habe er haben wir so ganz schlicht stream digga was macht er herr er Baby Einfach diese Grafik auf dieser Minty-Code Hacke einfach diese Feuer Das ist so unrealistisch Einfach der Code hier Okay, die sind immer so dumm zu singen man hat dennoch sowieso nicht im stream sagt man was soll ich machen wenn man nicht aufhört man hört man nicht im stream nein ich hab's aufgestellt ja dann ist egal ich hab sogar extra aufgestellt wie man wieder wie kann ich das überhaupt aufstellen man hört nicht so oder so ich hab das eingestellt wegen krebsstation also dann hört man nicht allgemein wenn jemand bei peter schütteln wenn er jetzt über und tschüssiger wie viel land ist heute halt da gucken mal in luft ja egal wenn er über eine andere stelle ich land hier ne lass alle hier landen um es mal er schweig war er eine komische ist eine andere erhaltende freunde es hat gesagt ich muss nur mal wiederholen der erholt sagt doch ich hab gewollt ist gar nicht aber bei mir leckte aber wirklich nicht jetzt bald geht es gar nicht nur an der runde beim lengen kohle schock gar nicht aber belegst voll vollständig wenn man hat auch nur anderen hat man nicht über belegst du hast du mir nicht kommt ja ja immer wieder beschreibt mir die ganze zeit wer lacht so bin ich brauche zwei mal nicht man mit ich kann schon deswegen ich kann ich bin hier hier ist ein pion zu sagen ich brauche minis oder ein bg auch so immer wie viele ein heilige parken immer den einen da ich bin über die kommer ich komme zu dir ich bin da jetzt haben wir alle zwei tapis ich habe immer zu einer tapis was seine frage ich habe auch anfangen außer das ist mein pechter weil ich schalte die dhp schneller trinke was ist aber so viel verliert ihr habt ihr schnell als von sie trinkt du trinkst fünf sekunden ein bg und in fünf sekunden bist du schon tot wenn du mit hävis ein paar fast also wenn sie noch im game gibt aber oder so sniper headshot irgendwie so wird ich glaube sogar das wird wir müssen angeln ich muss diese fischung ja ich habe gerade mit stück ich gehe jetzt einen mega so wichtig an ich habe so ekelhaft in meinem netz an die kreis xd xp ding da er ist so weiß noch als sie so richtig gezweckert haben wir sagen in dieser eischlucht gegangen sind dann wurden wir von einem seiten attackiert und ich ich würde so unter mir war ganz selten spot ich habe zwei leute krass weiß ich habe ich bin der beste wo ich zu zehn kids dazu so ja ich kann ja ich kann ja ich kann aber da hat aber mir gesagt ich nehme an ding da wir haben mit dem ding und skin gespielt wie ist der ganz wie ist dieser glübel spiel wir brauchen wir brauchen wir haben wir haben mit dem spring gespielt auf einmal ich mache ich habe anfang der runde war keine kind aber machte ich sag du aber nur doch die ganzen er kann diese menschen die nächsten saison war das mit 20 stadt waren am leben ich habe sie möchte gewöhnt einfach die diese stadt kommen einfach so sind alle kamen ich brüche ich habe alle gepusht keine ahnung warum ich kann nicht ich kann nicht ja ich nehme ich mich ja mein ich ja der macht aber nur ey Yusuf sorry kannst du auch fischen nehmen nein kann man noch aber die sagen ey der ey blauer shotgun ey blauer shotgun ich will blauer shotgun ich will hier fische ey soll ich fischen nehmen oder aber ich hab 10 Verbänder ja nimm fische mit nimm fisch für fische ist besser als Verbänder ey Lüpfisch 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 warte mal kurz 2 und ich nimm mal auch einfach so auf dem Map was ja ok nimm mit weil sonst war bei mir ein Gegner was denn ich hab dich nicht verstanden hier noch ein Fisch noch ein Fisch oh 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 drei Kissen digger wieviel fisch hast du jetzt ey ich lass mich da ne oder so ich granatwäffer da lassen nein 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 das gut ich hab weiß weil ja du hast 6 ich hab drei minis ein äh glimmer fisch und ein vier fisch nochmal ich markiert ihn aber trotzdem damit wir gleich vielleicht brauchen wir ja da machst du ich hab so viel mit ich hab einfach tausend fast einfach schneebälle ja das ist so op mach einfach dagegen schießen hat immer so kürz hat sie mir alle gehen das ging sogar geht einfach explodiert direkt das ist geile ja ne der explodiert direkt bei kontakt bei gegen boden also kiste was es gibt bei kontakt gegen boden diese kraft von granatwerfer ein noch mal drei minis ich kann mitnehmen wir sind zwölf nicht so so das war frenzy gehen ok es geht noch es geht noch es ist heute gern da waren so viele ne aber ich sag doch oh mein gott ich bin hinter dir hast du bg dann geh den holen geh den bg holen da war ja ein bg ja dann geh nicht so weit nach vorne wirst du weit vorne ne ja ich versuchte die mir gerade aber die jetzt auch nicht ich muss nur noch einmal diesen 1 geschnitten oh dick da geh den bg holen ja ne alter ich werd angegriffen ey die müssen zonen ich wusste gesniped digger jürgen gar nicht ich muss die ganze zwei entablier machen hat jemand hinter uns ich glaube hinter uns ich habe hinter mir mal zugemacht die kommen noch so nah kann hier ist das da kann hast keinen garanten mehr einer tatschot was digger die 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 ich das ich habe ich habe eine nur noch kommt man mit einer somit kommt ich habe ja ich glaube die den von hinten von hinten ja hier der hat den gehealt ich kann nicht helfen hast du denn die sind Wo ist er denn? Das hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei uns sind wech. Ja, wir sind sohn. Ich hab auch keine Fisch mehr. Ja, wir sind sohn. Ja, ich bin auch tot. Guck mal, wir sohn ist. Oh mein Gott. Ja, wir sind sohn. Ja, wir sind sohn. Ja, wir sind sohn. Ja, wir sind sohn. Ja, ich hab nur zwei Fisch. Ich hab nur zwei Fisch. Schaff ich das noch. Ist hinter uns noch einer? Ja. Digga, hier ist ja noch einer. Da kann der eine sohn low. Ey Jungs, ich hab beide hops genommen. Mit 2 Leute genug. Ja, ich meine, ich hab mit 2 Leute geholt. Haken, du bist tot. Die haben noch zwei Fische von mir. Ach, ne. Er verschwindet so nütz. Ist nur noch. Zocken. Er warte, erst mal alles in die Strömung werfen. Was? Damit er mein Loot nicht bekommt. 9 1 N Zulust Ja, das ist seine Schwanz. die ganze so eine geile runde ich guck um so eine blau mitte zu alter ich hatte ja denkt ihr die scheiße ja ich glaube ja die scheiße natürlich so ganz zu ff ist am sonntag zwölf geworden ist ja fast genau respekt haben spaß ihr müsst alle respekt vor mir haben jetzt ist noch mal 15 aber ich bin ich wette aber 14 montag und ich dachte du holen mich ab ihr alltag spaß ich habe auf spiel eingestellt dass man ein fischer als mag ihm allerdings dann doch zu sagen kommt im märz hat so wir haben die ganze klassische spieler aber kann es auch für die ganze spieler wir haben hier steht weltspieler er kam ja so kann er denkt sich gerade so um ein gott groß klang zu dem ausverpasstete ich ändere mein namen hat er nicht gemacht der ich muss nur überlegen ich weiß nicht ich krieg selbst nicht mal geht von meinem papa gerade ich sage mal gibt es ja gleich gleich junge du beginn einmal stammt ich bin tot egal der mich gespiss ich hatte ich hatte ich habe die waffe aber ich hatte nur ein steifer digger hat man wo du bist du kannst du kein bock als ich sogar gehört ist jetzt auch ein spieler vor dem er schießt den sogar an was macht er will trotzdem die schocker haben immer bitte meine karte ich guck aus dem brot zu ich glaube der fisch digger der der ist dinge der mann ist so gut ich gar nicht kommentiert er lass mal auf fisch warten nein ich hätte ich auch gut doch nicht okay ich glaube der schlecht das verlassen ich habe keinen bock als spiel wie sie geht es liegt so krass bei mir erst mal kreativ aber kein spielwiese nein das ist kreativ ist so schwer schön kam hakan wer ist holly neumann keine ahnung hakan wer ist holly neumann keine ahnung nein ich meine hakan t wer ist holly neumann da steht party von siblings ey was zocken wir jetzt das spielwiese laufen warum spielwiese die man eben diese arme scherp auf die scheiße ist einfach ja ich liebe aber dass man aber schon mehr schmuck wer habe ich merke das team ok ok wenn das kommt habe ich mir aber hat das anführung muss ändern Nein, ich bin nicht mehr. Nein, ich bin nicht mehr. Schrecksz. ich komm gleich, ich komm mal, ich komm mal, ich lass das essen Eremann? Ja komm, weich mal! Ich geh... Ich geh kurz... in seinen Stream rein ich bin mir da das hätte jemand fragt ob der mitspielen kann haben schon starten muss jetzt zu gucken die was hast du mutiger von krass das war scheiße natürlich die gas gar er hatte so mies hoffen der war dieses schottgang ist so in der kraft war vorspielen was soll man denn da machen aber spielt sie dort so muss ich ganz oft recht gesehen es ist einfach ich bin erster von dieser eine los können ist so schlecht ich gucke gerade gut schützen einfach falsch haben bekommen das ist gott käse alter der so gut dieser einen boxen der ist so schlecht sehr gut super das passiert das so der der heiligert hat gerade Ja. Ja. Löwe eine Agentin. Keine Ahnung. Schwierig, hast du gesehen? Die Agentin hat dich so gesnipet, digga. Oh shit. Oh shit. Ey. Lass mal einen teammate mit uns sehen, okay? Ja. Welche scannst du nochmal? Kann man durch die Agenda? Ich hab die Ritter. Die Ritterin. Okay. Ey, mir guckt's zu. Ich guck halt drüber, ne? Ja, die ist so gut, ne? Absolut. Denkt er, der ist doch PC safe, ne? Ja, der hat sich mit einem Schwung so Dingens gedreht, um eine ganze Umdrehung, das können wir nicht. Außer der Zeit sind sie ruhig schnappbar. Wenn ich dann PC habe und ich werde nur noch kommen aus, was du sagen. Könnte ich ja was machen? Ich hab keine Waffen. Hab die Waffen? Ich kann mal nur nicht einsortieren. Ich hab keine Waffen, Digga vor Scheiße. Ich kann nichts machen. Wow. Jetzt soll ich nur... Ah, jetzt hab ich ja mein Waffen. Hey, ich kann mal so... Ich kann mal nur nicht einsortieren. Ich auch nicht. Ja, aber scheiße. Ja, aber scheiße. Ja, aber scheiße. Ja, aber scheiße, ne? Ey, Junge, der spielt mit Sky, Junge. Man kann nur diese... Ich hab auch der auf Medikid gerne und nicht auf Waffe, Digga. Man kann einfach nicht sortieren. Ne? Ja, machen wir von oben. Mach dich auch hier. Ja, ich soll trap setzen. Und ich will auch trotzdem denken. Na, Creature gehtsberge... Ich soll auch, dass es третьe 쌍 ist jetzt. Was ist mir das dar? Ohhh. Ääh... Ich muss die Zinde gehen. Hz! er wird aufmachen auch schon so macht zeitgemerzeit schon man muss haben bekommen ich weiß sie hatte muss er keine gemäne und menschen und kaka ist wie ein esel der kraft hier die city wie ein fisch schicht der unterschiedlichste mutter einiger der kann ich mir war der kaputt ich danke ich habe gar nicht mehr zu können muss kein menschen unter hier unter du musst runter du stirbst ja ja das kann geschießwasser ich hatte baufeil gegen die nein weiß dass sie sich nicht mehr anlegen und ich hatte ohne spaß zwei minuten gebraucht für den baufeil braucht fünf minuten ja sorry ich will halt ein bisschen offensiv ich hatte angst schon der seitweg gelesen ich kann sich bewegen könnt ihr bewegen ich kann ich sortieren ich kann nichts machen ich kann nicht mehr bewegen ich kann nicht sortieren ich kann scheiß kann nichts machen dann muss das bau und das mal rausgehebt ich kann nichts machen ich kann nicht sortieren ich kann nichts machen das noch schlimmer ja ich kann nichts sortieren die gar meine schuldung ich kann nichts machen wie scheiß ist das ich kann nichts machen kann man schlägt und ich kann einfach nicht machen egal wie viele leute wollen denn noch zu mir ab scheiß ich geld digga scheiß ich geld ich habe das damals zu tun ich habe schon gesagt ach nee jungen ich war so low ich hab drei leute ja dieser dia gaga da spielt nur mit der skade ja auch sogar auf close range ja weißt du ich ich kann meine sagt was ich sortieren das guck dir mal mein stream an bitte guck dir mal bis hinten guck mal was ich mach ich konnte einfach nichts machen das ist schlecht digga anstatt sich rauszuschießen mit seiner wunderschön ich prädikte okay ich habe recht mal gehe ich doch wirklich schadteamen erst mal bei mir gehen würde so tut ja das ist perfekt für die granaten aber wie lange spielt der alter zwei minuten oder was mmo geholt digga hat er will sein make up treffen aber jetzt nicht nicht so schlecht jetzt alter macht doch kein film schieben digga wenn es jetzt gleich wie gerade passiert ich kann ich konnte jetzt schon zwei runden nicht spielen wenn es jetzt das gleich passiert ich gewaße ernst ich kann nichts machen dass man raus ich kann nichts machen ich kann wirklich ich kann nichts machen ich kann ich kann gar nicht nur meine waffen wechseln ich kann gar nichts machen das mal rausgehen ich kann nicht ich kann nichts machen die kämen auf mit stadt männer auf mit statistik jetzt geht das ja bei mir geht das nicht ja ich kann ja ich kann doch gerade ausgehendiger ja ich weiß dass es bei euch ist egal wieso die einstellung und so da habe ich auch erst erfahren die ist ein dreierteam digga wollte mich archen ich bin auch in der runde chill mal ja danach halt bist du oben hakan ich bin ganz unten egal editiert nicht ey hakan entschuldigung dass ich nicht so gelasert hab ne ja ich bin ganz einfach nicht so gelesen ja von mir von mir ist wer lebt denn so von euch danke ich wurde geholt ich wollte runter gehen hakan einbauen ich habe jetzt auch schon mit ich bin so mein hakan war gelandet ich hatte ein api oder so die gab es wie viel leben noch haben denn so krass bei der box ist in so viel jetzt so viele er gibt mir eine 880 ich kann aber keine waffen sortieren aber muss immer options drücken ja man muss immer auf den ganzen schocker die mich er warst du hast du so sorry ich war da ich habe auch damit ich bin der einzige aber ich noch mal was ich vor gerade so untergehen auf einmal über mir ist einer er ist ja dumm selber getötet ja ich habe ein untergeschossen das bist du ich habe die einzigen ja ja okay das von johann kommen ja ich lasse hier so mitmachen ja die menschen noch 400 300 400 400 500 er ist noch ein bisschen vom stamm kommen jetzt ich hier runter der wien so weit oben ich bin tot ja das war voll bock gerade warum willst du mein kauf auch ab und hat dann weg genommen trotzdem habe ich weiter gespielt ja aber ich wurde danach getötet alle drei das ist einfach weiter so schlimm wäre das war nur eine runde ist ja okay nix ging nicht aber das ist noch ich habe keine hand mit jampen was ist das was in der mitte ist ja dass dieser sohn generator ich höre einfach meine musik vom lobby ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin unter geschossen warum schießen die mich runter der zwei leute unter geschossen die gar keine tröpfung macht schnell die gar nicht so dumm die gar immer erst das andere soja bis tot jetzt noch ist es geliebt noch wirklich desto schlechter beide oben ich habe ich weiß gar nicht welche 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 ich guck mal ganz kurz nach ist das die lila das ist der blaue mit dem kontroller und der sohn generator der ist so verstörend die dreck erlaufen ich habe bei mir gehen die gehen alle auf mich nur weil ich wollte die einen auf die wandel hat das ist es ist ich bin fast du hast du du hast du du hast du du hast du ich habe alle gelesen ich schieße die schinger der scheiße jetzt kann ich mir springen auch wieso erst mal bei den team an gelandet der wo sonst trotzdem heilig und so was machst du da ich denke noch das überleben digga der denkt so ich bin da ein auf den über mir ja man ja ich bin der rahmen raheem subhanallah keine märz ja das ist doch noch überlebt ja dieser driftskinder der so scheiße wie kann man da nicht streben digga digga er hat 1500 pf 3 milis aber er will erst mal feiten digga jubeln aber nicht was was ja ich weiß was digga es macht so bock ja ich hab sie schon vergessen nein junge du musst mir das sagen digga ich wollte euch mal auf ne alter mann da kann wo bist du mal auf einmal bei mir ist der bot steht auf einmal ist man einfach so übernagenten bei mir so bist du auf ton ich suche euch gerade aber ich bin fast tot digga impuls nicht gemacht der war ich so fast gut ich kann nicht nachladen ich kann meine waffe ich war ich habe noch ein weiß nicht gegeben das ist das wer bist du das ich hab das angeschossen warst du das ich weiß es ist dass das ist ja der andere ich habe keine mit ich habe keine mädchen mehr oder doch was hat bei mir gelegt ich habe keine mädchen ich habe einen klick gemacht warum das ist so getötet nein 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 genau ich Mexico so schon aber ich habe viel kipps gemacht aber ich habe den ersten zweiten und dritten und konnte nichts machen ich habe eine blaue schotzeiger erst mal erst mal er kann ich ich bin nicht oben egal ich habe mich ist eine andere gar nicht nur ich immer nur weg alter tschüss war kein liebsten nicht mehr du hast mich dann gesehen ja habe ich gesichert was gestorben egal ich bin weggegangen aber zum glück seid ihr geliebt ich bin auch drunter der ich bin auch im spiel so 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 Bist du? Mein Gott. Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Ja. Digga, das muss ich auf mein Handy klippen, digga. Und was? Ich klippe einfach hier. Hier auf Plastik. Ich bin der Beste, digga. Es sind so Pläne, wie er dich noch töten kann. Allah-u-Akbar. No chance, digga. Ich bin ein Pro. Jetzt hab ich wirklich noch einen Schammer. Ey, ich hab so scheiß Waffen. Ich hab ne grüne Waffen, digga. Und blaue. Ich hab eine graue. Ich hab eine graue. Warte mal runterschüssen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich muss so weggelasert. Ich hab Schinkraß geworfen. Ich hab so weggelasert. Ich hab so weggelasert. Ich hab so weggelasert. Ich hab so weggelasert. Didakka, nee, nein, 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 nein. All Mut Ich hab ein Impuls. schießt den runter du kannst einer ist da ganz oben schießt den runter nur noch einer dann seid ihr zu zweit mach impuls nicht da kann impuls nicht da kommst du nach oben jetzt aber kein wie viele haben diese wie viele ja komm dann töd mich, ich geb dich, ich geb dich weil ich hab schon einmal gewonnen warte, ich will noch tanzen nein, ich weiß schon er sagt du er sagt doch so mitten im Stil, Digga ich druck eh niemand mein Stil gerade gehst du, bist du fröhlich? das finde ich ganz, ganz groß asozial hör mal ist das schön schön guck, wenn wir Team einfach, niemand kann uns schlagen ja, wenn wir Team wir wollen den ganzen Team, was man hackern WALALO WALALO was, was sag ich denn? lücken wir jetzt nicht hackern allahein digga, wir haben auch noch welche er ist nicht weg hier ey, ich kann nicht hin digga ey, baust du einen Stein hackern? digga, ich bin tot ich werd so weggelasert seit, 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 seit zwei Runden werd ich nur weggelasert ich kann nichts machen monastik sind aber was sie sind ich habe so scheiß waffen warum wird mir mal nicht zugeguckt aber den anderen wir gehen mal weg alter bist du ich habe so logisch aus ich habe noch welche ich bin tot digga noch 13 es ist so unwitzig ich hatte 10 hp ich komme genau zu haben gibt mir ein pumpshot ich hab dir geschenkt und dann konnte er nicht so machen es nicht so untergefallen Ich bin einfach aus seinem Gesicht ausgerutscht. Hakan, hast du Hakan zugeguckt oder mir? Ja, er hat mir zugeguckt. Mir wird nie zugeguckt. Mir haben nur 5 Leute zugeguckt. Nee, 6. Okay, es sind Leute gelieft, ne? Deswegen hat es hier zu lange dauert. Ey, boah, ich kann nichts machen. Ja, du musst warten. Ja, das dauert, weil die gelieft sind. Mir wird zugeguckt. Das ist normal. Ich glaub, ich geh' morgen nicht, Charmin. Ich glaub's auch nicht, ja. Ich hab' Bock irgendeinem morgen. Ich muss gehen, Digga. Meine Eltern haben auch nie Bock zu früh aufzustehen, ne? Trotzdem muss ich gehen, Alter. Ja, meiner auch nicht. Aber ich bin heute gewissen. Ich muss morgen nicht gehen. Oh, du brauchst heute überhaupt eine Stunde. Wie lange müssen wir bleiben? Ich bin fucking, Alter. Ja. Er sagt, die ganze Zeit 3 Minuten. Mach ihn noch. Mach ihn noch. Einer hat irgendwann von euch mal ein Raketenmärfer geschossen. Ich hab' keine Angst. Ich hab' einfach runtergeschossen. Einfach runtergeschossen. Einfach runtergeschossen. Ohhhh. Diggaal. Ja. Ach, mir hat's wieder getötet. Ich hab' guck mal, da war Tor. Die wollten ne Runterschießen, haben schon Raketenmärfer da runtergeschossen. Ja, genau da, wo ich bin. Boah, du musst uns die ganze Zeit am töten, Digga. Boah, der Witz. Ich bin Hakanin. Ich bin das, chill. Da, Hakanin, was sie töten. Hakanin, Wonshot. Ich bin das, chill. Mach mal mal Streamleise, bitte. Hakanin, Wonshot. Ey, bitte mach mal Streamleise. die gleichschaft so ist so ein schottiger ja baum ich erst mal ein lücken gar nicht bei mir ist einer ich kann nicht kommen hast du über mir schießt aber nicht runter jetzt ich habe rakete ich war unterschiedlich mal unter der seite ich hab ich war das ich bin das ach so ich habe gesagt ich mal runter ich hab dir so und kann das sein ja noch wir lassen einfach noch mal weiter machen ich habe einen kommentar bekommen sie haben mich vorher war warum heißt du alles habe vor allem mal vor allem war mit asitv und runde kaffee ich schwöre wir dachten dass wir aus wie egal der hat genau die gleiche ist gekommen ich schwöre also die tippe mit den muskeln die rücken accessoire vor mir die tippe ich schwöre ich bin hier ich hab mir weggelegert ich sehe dich nicht ich bin hier ich bin hier ich hab dir einfach ein headshot gegeben ich hab dir einfach ein headshot gegeben sorry ich hab genauso headshot soll ich hier hingeben brauchst du du ziehst du auf mich nicht haka ist so low haka ist so low auf den ich gerade schieße ich gehe sowas vom pushen ne hey ich hab einen ja ich weiß ich hab's gesehen warte erstmal sein loot ne ich höre ich geh immer auf besser loot bessere loot oh oh lecker lecker und weiter gehen haka hat ihn abgefangen oh shit kommst du tot ey justa lebst du noch ich geh raus kommst du tot nein das ist nur noch wir leben kann das sein nein doch nicht oder nein digga hier ist einer ey das ist mir nicht oh ach komm wir sind noch zu zweit wir müssen jetzt kämpfen warte lass ich kurz hier lass dich doch kurz hier ey justa wir spielen noch zwei runden da kommen wir auch raus ok und dann können wir team zocken wir lass wieder team zocken ich hab voll Bock bekommen ich hab auch wieder voll Bock bekommen ey haka ich mir ehrlich ich wollte am anfang so snipen weil du mir headshot gegeben hast ja letztes Jahr hab ich mich auch eingebaut digga ich hab so schlechte waffen ne ich hab meinen waffen nicht ja jetzt achan bist du das ja ich bin irgendwo ja ich bin irgendwo drin sta auch hei hei hey 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 Er ist so schlecht. Der hat mich getötet, Hakan. Ruhe ich mich. Ah, er schießt mich runter. Bro. Wie ist der jetzt geschnaufen, Digga? Wie scheiße, guck mal, sag. Sag, hättest mich erst nach außen gefallen, Digga. Ich hab erst runter gefallen. World Flags, Bro, 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 Bro. Weißt du heute? Beim Unterricht du sagst so, World Flags, Bro, Klam. Ja. Digga, du gehst an zwei Mädchen. World Flags, Bro. Digga, ich wüsste so mies lachen, ne? Wegen dir wüsste ich mich aufsetzen. Hehehehe. Ich bin so an ihrer Mann. Ah, Jojo! Jojo Mama, sie ist dun gun 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 gun. Sie ist meine Frau. ich gehe unter der ich bin voll am word flexen ihr kecks ich bin da okay chill doch er macht weg ich gebe mir ganz den schimmer hier ist es löpisch ich hab schon eingetragen aus bist du du bist noch zu zweit oder nein die unten ist einer das ist nicht das mal runter gehen wir sind noch zu zweit junge nein Jungen, du möchtest mich so zäh! White Flexball! Ah, nanana! Nanana! Nein! Äh, nein! Ja! Nein! White Flexball! Okay, lass losgehen, komm! Ich hab gewonnen! Ja, okay! Ich werd's nicht beleben! Ah, Bonuscode, Code FRIDAY13, Digga! Haha! Bist du dumm? Ah, komm, was denn? Bei Lootboy, Bonuscode, FRIDAY13. Wie heißt der? FRIDAY13. Ich kann gar keine Code eingeben auf iPhone, voll scheiße. Aber heißt das FRIDAY13? Ja, FRIDAY13. Aber wie wird das geschrieben? Also, wie soll ich das schreiben? FRIDAY13. FRIDAY13. Alles klein. Alles klein. Alles klein, glaub ich. Er hat mich irgendein Kind, den wir alle haben. Banane. Bro. Ich muss etwa dieses Kind. Nicht gefunden, Digga, warte mal. Nicht gefunden. Ich glaub, etwa ein großes F. Haben wir eins Skin? Ähm. Ja, kann sein GUS F. F. Ey! Just fasst du diesen Skin, hier? Just fasst du diesen Skin? Ich hab... Warte. Ja, hab ich. Ja, dann können wir das Ding benutzen. Wir haben den alle. Ich hab 69 Diamanten. Woah! 10 Diamanten! Ich hab jetzt 18 Diamanten. Ich weiß, 10 Diamanten. Ich hab letztens ein Pack auf Macht, Digga. Absolut, da kam nichts raus. Ja, wer ist das? Ich graue sie nicht. Das ist Adam. Gib mal raus. Das ist Adam. Das ist Adam. Das ist Adam. Was ist das? Ja, das ist Adam. Ey, geh mal raus. Kick den, sonst können wir nicht alle gleich Skin. Ey! Vergiss nicht. Na, du bist doch an Führer. Geh mach bereit. Mach auf privat und so, du weißt. Was ist das? Oh Mann. Ich hab hier mein Armbar, meine Kette, mein anderes Armbar und mein Ohr aufgegeben, ne? Er sagt Zigeuner. Ja, du hast Zigeuner gesagt, Junge. Weißt du, was er gesagt hat? Wie schön. Wett, Flex, Bro. Der stimmt jetzt ja auch von dem. Hat der noch so gemacht? Ja. Servus, meine Arbeit. Ey, Hacker. Wett, Flex, Bro. Ey, Pumpe. Ich bin halt ganz alt auf Röcker gegangen. Einfach so aus von sieben. Die hab ich auch sofort. Ich geh so rein. Die mach mich sofort wieder raus. Ich wirst dir. Einfach. Wo ist ihr, Nicola? Hast du schon einen Buben? Nö, Digga. Ich hab noch nicht geholt. Ich bin noch zu v, um zu Markthall zu laufen. Digga, Markthall ist. Digga, Hacker kriegt gleich Strike, Digga. Was der Wunder hat? Klick schzipiell. Is was? Wunder ist die Ich mochte. Ich mochte. Oh, mein ich brauche. Ey, wie heißt deine Spitz-Hack Yusuf? Äh, Zucker Hacker. Unsere gemeinsam sind Minze Hacker oder so. Ey, wo ist diese eine der? Wohin gehen wir? Warum gehen wir nach da? Ja, weil die geile ist die Stadt. Vertrau mir. Ja, drehen am Anfang. Ich kann mir gar nicht das Ding vorstellen, wenn der sagt, wildflexbrook. Ey, Jungs, ich geh hier hin, okay? Ist das gut? Ich geh dahin. Nein, nein, komm her. Ey, Yusuf, komm, mach nicht auf Ehren los. Ja, okay, ihr habt keine Freunde sonst. Irgendwann, juckt den. Aber hier kommt ein Gegner, ich werd nicht verrecken. Ich hab ihn auch. Ich hab mal ein Ding ins Gesicht, ne? Warum lagst du bei mir im Solo und so immer? Ich werde Ölmeck tun. So. Alter, guck. Wir werden gar nicht tun. Wir werden nur Leben und Gewinn tun. Das werden wir tun. Ja, schon zu Ende. Wir werden mit viel Schild schärfen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte mal, bitte, bitte, bitte. Bei mir ist einer. Ja, bei mir ist irgendwo einer. Unten, glaub ich. Inschallah, marschallah. Habibi. Der ist immer ein Pompon. Ja, ja, der ist unser, das sind zwei Leute. Wo ist der Junge? Das sind keine Bots. Kann man einmal zu mir kommen? Ich kann kommen. Du hast gesagt, dass der Bot ist. Das ist doch Bot. Glaube ich. Du bist ein Bot. Das ist doch kein Bot, Digga. Ja, ne. Der einzige Bot, der hier ist nicht zu. Hä? Der einzige Bot, der hier ist nicht zu. Der einzige Bot, der hier ist nicht zu. Der einzige Bot, der hier ist nicht zu. Das ist ein Bot. Eier Kopf. Wo? Wo ist die Scheiß-Papgan? Ah ja, wo? Hakan, weißt du, wo die... Hakan, warum postest du immer noch Bilder von Türkei, Alter? Wo ist da? Warum nicht? Wo ist mein Scheiß-Dings, Alter? Wo ist die Scheiß-Kiste? Ich dachte, einen Moment, Junge, der Mann ist in die Türkei gegangen, Alter. Diese Seite. Wet Flex, Bro. Wet Flex, Bro. Wutwutwutwutwutwutwut Gittigittigittigittigittigittigittigittigittigittigittigittigittigitt. Jungen, wo ist die Scheiß-Kiste? Ohm. Ah, hier drinnen, Digga. Wie los? Oh mein Gott, ich hab zu scaven. Hier ist ein Biggi, ne? Will jemand trinken? Ich habe. Hakan, ich habe Hakan, ich habe Hakan. Hakan hier mal mit. Hakan dann mit, obwohl ich schwöre mich nicht mit. Ich habe nicht mit. Hakan, ich habe noch mit. Ich habe... Du bist nicht bei dir Gegner? platz ich habe hingehen ich habe noch nicht ich will eine ar-jungel ich habe nur ein ich habe da irgendwo ich kriege nie hier draus mal gleich mein dings laute machen mein spiel liga voll leise wir haben so jungen da ist mal mit weil auch noch mit machen war der ist so aus dem feindlich aber dazu nicht gegen uns ne sagt immer der sagt immer so dings ich nehme an das ist der rasse soll nicht jetzt hat den bei den und gesagt was schütten so gern sterben fabien meint der sich man ja 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 wir haben diese schulette eine bombe seine mutter liegt ich höre der so ich wäre das würdest würdest was er sagt du wirst jetzt schon schlagen so von dem her der will gar nicht mehr leben so ein ding ja man kann kann ich bin hinter dir ist mal wie doch ich meine ich bin wirklich hinter sie haben alle wenn man es war ich glaube ich glaube ich habe mich verarschen digger ich habe von dir geklaut und du nicht von mir so ding habt ihr so low geschossen ich kann die minis geben wenn du brauchst ja ich war offen versteht wir müssen auch viel an ich habe bekommen bekommen weil es braucht noch ein bieten hacker gibt den so einen digger er stirbt ich habe so ein lösung guck mal guck mal ich mag hier mein ich sehe es noch nicht die gar nicht einfach golden pump was ich geschenkt gezogen oder was ist lange haben einfach nicht gesehen kann ich hab ich hab auch kann ich hab ich hab auch einer ganz normalen kiste eine ganz normale stinknormale kiste ein spaß gekommen ich möchte mir gehen mit wort man menschen haben gezogen und ich hab auch nicht ich hab auch nicht von wo auch wenn du mit nur ein paar nein das die es gibt die kürtruhen die kann sich jetzt aufbauen da kommt solche mitnehmen das löffig ich habe auch bg ja dann gibt es nur ein bg trinkt den bg dann ja ja guck ne bleib weg entfernt du denn ich hab einfach eine goldene pump und eine blaue mp ich hab den am anfang bekommen ich gehe sohn ich lass grün fisch hier das war sohn wie grün fisch hier für sniper ein ja ich heiße mal aufs nepport ich habe schon sechs ja ich kann mitnehmen ich kann mi� mal mitkommen okay ich kann will es lassen kämpfen ich will es nun alles lecker ich nehme mit nichtiger vergessen hier vier fische kommt mal her einer zu mir kann ja nicht mehr viel fische ja lecker weg wo wir können du mal dass sie mit so einfach mit der alter ja aber es ist einfach so hier ist viel wichtiger sagt man einfach gar nicht muss viel wichtiger sogar ein paar wichtiger ich habe nur zwei von dabei zwei waffen für hier und ich habe noch sechs genaten falls das passieren sollte bei eierkopf waffen hat den zwei eierkopf wenn ich ein schaden von wochen ich bin ich so schön ich habe 800 sieben monaten 400 500 ich habe 600 250 ich habe ich habe 300 auch so lange aufgemacht braucht die munition egal ich habe so viel ich kann ich empfie so viel geben ich habe empfie so viel ich habe kein empfieße ich habe ich habe die gedruckte empfieße ausgenommen ich habe einfach die epische schocken was für mich hat kannst du früher grüne tag jetzt habe ich eine ahnung man ist jetzt egal ich mag mich nicht ich mag welche pappgaben hat so 2016 oder wo nicht eis machen 2016 haka mit ich habe ich dann die chill lass mal sorgen gehen da gehst du kannst du anders hin digga ich meine 276 ich hoffe ich habe eine runde ich sehe doch aber kein bock zu holen ja du hast eine ip zu bekommen ich bin ich meine stufe 100 so lebe auch noch nicht wir haben einfach keine gegner gefunden wieso kommen wir ja sonst und dann gehen wir so und dann gehen wir zu dir ja kann das mit strömung gehen kann weiß ich die strömung ok ich habe ich habe ich habe geschrieben ich habe ich habe ich schon habe ich geschrieben franker ja komm weiter kommen wir weiter scheiß auf die schichten auch nicht gut geschieht egal du hast noch kein leben verloren was und ich würde jetzt mal hier warten ich komme aber ich gezogen habe ich sie gehen einfach wir haben so glück ich bin da da sind gegner ich habe gesehen ich gehe pushen ich habe ihn getötet hier sind noch fische hier sind noch fische und so ich kann ach so Wenn ich nicht die minis wir sind noch minis ja komm da bin ich doch die ganze zeit ich höre ey junge warum hilten die mich alle kann ich gehe pushen ey walla lass pushen ich höre dich er ist voll gut hakan ist voll gut ich habe mich genommen was ist das durch den manchen könnte mich noch hier wenn du zu mir ist das ist noch wenig und dings 162 72 72 ja mann mann merkt es so groß ich habe vergessen auch bereit zu drücken ich hatte sogar eine goldene spaß aber der hat sie nicht genutzt wir nehmen einfach goldene spaß äh lila einen spaß an uns hat gold aber Was? Noch mal Leute hoch. Hoh! Das war's. Die Bombe-devetse, Allah-Webber. Der Bombe-devetse, Allah-Webber. Der Bombe-devetse. Wir müssen die Bombe-devetse. Wenn's die Bombe-devetse! Das ist so krass! Krass! Mbappé war früher Ronaldos Fan und jetzt ist er mit Ronaldo befreundet. Und Mbappé ist einfach 19. Und interessiert es jemanden? Nein. Das ist so krass. Ich weiß nicht, dass du so krass bist. Mich interessiert aber nicht, wo Ronaldo ist. Du sagst, du kannst doch kein Fußballer mehr werden, ne? Mein Frust so voll wie die ganze Zeit. Das wird nichts mehr. Ja, und dein Knochen, ja. Die sind ja z.B. Ja. Ja, Hakan ist ein kleiner Eierkopf. Was dann? Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, okay. Das ist unser Team. Okay, geht klar. Schwanz ist schwanz. Warum haben wir immer Team-Mate und andere nicht einfach? Die sagen immer, dass du scheiße bist, deswegen so... Die sagen so, der fette Hakan, der würde dich sogar auseinandernehmen. Safe. Oha. Fette Hakan. Ja, ich hab... Tricks. Ich hab den. Ey, da war ein Gegner. Habt ihr eine Waffe für mich, bitte? Ja, Mann. Ich hab eine AR und eine Kneipe und ich bin woanders. Digga, 20. Digga, das war ja ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein Team-Mate. Ey, tut dir mal einer, bitte. Hakanakan. Okay, zwei Leute. Aber der hat noch eine Pistole. Oh, Digga. Du hast eine Pamp. Digga, ich hab wohl einen Hammer. Ich hab keinen Witz. Ja, so bewegt dich. Du bewegt dein Göttchen. Ja, Olu, ich bin noch ein Pfeifer, weil er sagt, bewegt dich. Ja, 20. Ich bin eh tot, also bin eh alle tot. Du kannst noch unsere Taten nehmen. warte bis da kein tot ist dann kannst du einen pump gar nehmen ich hab keine klar hast du eine der hat seine kommt du hast auch eine pump kann wenn die mädchen keine munition mehr siehst du hat links ein ja hier nicht weiter ich werde kämpfen das ding ist du hast nur drei munition du musst ja nicht sagen aber das ist noch zwei leute und unsere wasser gibt mir gibt mir einfach brutakar brutakar die weiss erst auf den drauf und dann auf tisch ok das ist ein team jetzt erst verkackt er hat nur drei munition digga er hat keine munition mehr oh mein gott er hat einfach geno scoped geh schnell dahin gehst du hast keine munition mehr ich hab ich hab ich hab geklebt ich hab ich hab geklebt ich hab ihn einfach gelaufen digga er springt so richtig froh digga hier so schießt man dachte kurz aus der seel geschossen das war doch das war doch das war fast headshot ne der tun hat halt geworfen ausz dem wua 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 Scheissendreck diese. Ich muss erstmal Haka ins Stream gucken, Digga. Ich spüre es dir. Haka, musst du noch alles sehen? Haka, ist das Ding noch? Ich spüre es dir noch mal gucken, Digga. Digga, ich werde mir das nochmal aus seiner Perspektive sehen. Also vom Gegner. Ich habe einfach genutzt, komm mal mit. Komm, ich schwöre, komm. Komm. Waren wir mal gucken. Wir haben die zu. Wir haben die zu, guck. Guck mal, Digga. Word, Flex, Bro. Word, Word, Flex, Bro. Ich habe ich geh nach der Runde offline. Ja, wir haben schon 22.30 Uhr. Guck mal, jetzt gucken, guck. Guck, wer kommt? Guck mal, ich spüre so ein Gitter, ich spüre. Ey, ich bin so gut, dieser No-Scope-Ding da, Alter. Ey, ich habe gesagt, ich komme auch noch drauf. Klar, Digga, ich, ey, ich frag mich, wie der reagiert hat, Alter, ne? Ich bin erst mal so beruhigt, wie ich. Sagte sich Wolf, ist so. Ich habe alle One-Shop geschossen, aber alle. Ich hatte aber keine Dinge zu mit tun, ne? Das war ein Ort, wo man hingehen kann. Ja, hier. Sag mal hier. Wenn sie doch nicht da ist, dann haben sie so verkackt. Meinst du, das ist ne Eisbruch? Das ist nicht hier, das ist hier. Natürlich, das sag ich nicht mehr. Ja, so Lazy. Ich bin schon. Haka, guck mal, wo ich bin, bitte. Ich bin schon gelandet, wie soll ich sie sehen? Stiga, wo bist du gelandet? Ja, ich habe es nicht mehr geschafft. Gar nicht. Ich habe es nicht mehr geschafft, gar nicht. Das Arm geht. Ich habe ein Panko. Wieso, wenn da jemand ist, dann können wir kommen. Boah, die Zäunen ab, die geben Zäunen nicht mehr teil. Ich habe euch gesagt, ja, ich bin einfach der beste Sniper. Wir haben lange darauf gewartet. Jetzt kommt ein Original-Use auf Snipe-Flow. Ja. Verkassene Eier aus mich. Ich habe nur einen Sniper. Ey, ey, ich wollte nicht gar nicht schießen, ne? Ich habe aus Reflexe geschossen, die Sniper als 8. Ich habe AR gehabt, Mann. Mein Nooskop-Sniper, oh ja, oh. Dann kann ich gehen. Oh, mein Gott, meine Mutter für die Sniper. Hacker hat mich nicht erlaubt, mitzunehmen. Die Sniper, das sind konntest du nicht machen. Sehe ich. Ah, nee, das war eine Runde davor. Nein, nein, das waren drei Runden davor. Ach, keine Ahnung. Das war mein einziges Gemüse, ne, was ich hatte, alter. Hacker, wo bist du? Die kommen gerade. Ja, ich will Hacker Tee-Dinges geben, bro. Pump, der mag der Pump. Ich will Pump gerne, wenn ich MP habe. Aber nicht ohne. Ja, hier eine Pump, blau. Ey, Hacker. Da sind Gegner, du hast nicht mal Waffen. Geh mal, die Pumpgun erstmal holen. Ja, was guck ich jetzt. Ey, ich Pumpgun, Digga, nicht. Ich will Pump machen. Da sind keine Gegner. Ey, ich hab doch schon... Klar, wir haben ja allgehört gerade. Ich hab jetzt geahnt. Ah, ich hab einen gesehen. Ich nehm hier Kanone mit. Ich hab jetzt einfach nicht getroffen, egal. Hatten wir, die hatten der andere Team und auch sagen, wir pushen. Der ist schon belieftiger. Biss auf. Nein, der andere Punkt, was ist so. Ja. Seinem Puschen. Ja, ja, komm. Ich habe noch ein bisschen gleich, weil... Ja, ja, komm. Ja, ja, komm. Ja, aber die macht auch nicht mehrfach. Ja, ich hab vier Kanone. Ich kann nicht im Weg, die nicht einfach... Ja, ich hab sechs Minis, ich hab mich einmal getrunken. Ich hab zwei Minis. Ich hab wieder Sniper, Jungs, no scope is da. Mann, ne, Aya. Der Dicke, getrunken, Aya, 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 wo? Die sind da. Der wurde gereboote. Der hat einen Gehüt. Ja, ja, mehr Kills, mehr Kills, mehr Kills. Ja, wir sind hinter dir. Du kannst draufgehen, also. Ja, wir sind hinter dir. Du kannst draufgehen. Ich bin auch direkt hier. Hab einen. Ich hab einen Hunde kalt, Alter. Dicke, töt ihn, töt ihn, töt ihn, ey, ist wie bei uns. Ich bin... Justi, wie bei Yusuf. Der Finish, mich, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Ey, ja, weg von mir, dir. Ich hab' nicht. Ja. Wuh. Ich brauch keiner Hundesohnen. Na, und da soll ich was nehmen. Und dann, wie lange noch bis Rebooten kann. Also, komm, geht auch noch. Da kann man sie kommen, schafft das bitte. Du hast einen goldenen, ausreichend. Und dann, wie lange nicht. Ich hab' nicht mehr mit. Aber... Unter dir, Dirk. Pass auf, er kann. Ja. Du kannst helfen, dass ihm nur einer. Mal auf, er macht einfach das Vorspring. Ne, der Hacker fehlt noch. Hast du gesehen, er kann? Ja. Er kann mich irgendwann hier. Nee. Ich kann nicht. Ja. Ah, Hacker. Ja. Ja. Also, ich kann mich spielen, falls ihr wollt, ne. Also, falls ihr mich spielen wollt. Junge, der Reboot werde ich nur nicht mal aufgeladen, berücksichtigt, Mann. Und dann kann man mal nachgucken, so. Ah, ja. Das nehm ich mit. Digga, halt einfach nur grünen Sachen. Ich hab' einfach golden und irren Sachen. Äh, Digga, ich nehm noch diesen einfach mit. Geht nicht mehr, Scheiße. Und diesen Trick, den Red Bull noch probieren. Ja, ich kann das probieren. Ah, setten. Ja. Man macht eine Pyramide, man macht die Pyramide zu und dann kann man hier eigentlich. So, Kaka, ich hab' jetzt geheilt, aber guck mal, man könnte so eigentlich so machen, so hier. Ey, wo sei ich den jungen, die ich so genockt hab? Äh, der ist tot, alle. Könnt mir ein gewissen Metzgeber oder irgendwas? Ja, ich hab' ja aber nicht. Ja, ich hab' ja eigentlich kommen. Eure Munition, ich hab' Munition, wirklich nichts hab' ich Munition. Da hast du ja grob. Das war jetzt, wo? Boa. Boa. Brauchst du noch was? Boa, Buh, noch was? Ja, hä? Buh, boa, Buh, noch was? Du has' mini, äh, MP und Eier gegeben. G Christie. Guckschür. Guckschür. Hatt' die Mini ist auch so. Äh. Ich hab' ein. Ich hab' ein. Ich hab' ein. Ich hab' ein. Ouh. Wichste. Ich geh zu Akan, ich geh noch weiter weg von mir, du gehst einfach nicht. Akan, Akan! 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 Was ist das? B! Akan, sorry, aber dass ich die Dingens mache, denkst du. Ich bin runter gegangen, weil ich die Step unten gehört habe. Oh, so außen weg. Gegner, Gegner! Ey, noch mehr Gegner, Gegner! Wo? Warte, ich guck mal kurz, die sind vielleicht gestiegen. Ah, doch, doch, doch! Oh! Ich komme. Da drinnen ist einer. Da drinnen liegt vor uns. Warte, warte, ich schieß noch nicht. Da, da, da. Jetzt schieß, schieß, jetzt schieß. Mann, du bist der beste Sniper, aber diesmal nicht. Warte, ich mach nichts oder so? Ich hab gar keine Mets, Digga! Warum haben wir geschossen? Ich hab ohne Spaß 90 Mets nur. Ich hab den noch nicht gegeben. Ey, bei mir ist einer. Ey, der tötet mich. Ja, ich hab nichts zu bauen. Ja, danke, Digga. Digga, warum schießt mich jetzt andere runter? Ja, er geht auf mich, Digga! Obwohl er nicht baufein ist. Obwohl er nicht baufein ist. Ey, der ist sonst, der kann schüttel, der schüttel, schüttel, schüttel. Ouhhhhhhhhhhhhhhhhhh... ahhh shhhht Naaaahhhhhh Naahhhhhh DuLaaaaaaar Bruuh juni schießt schlägt weil ich die aufländerung ich bin jetzt noch nicht warte 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 ich muss noch einmal so gut machen wir auf möglichen da könnte man nicht mal jetzt offline aber ich war doch ganz was dings ja Prämieros bei Halil Nacho